Und, äh, da weiter. Da ist ja alles, ja, was? Da hab ich oben auf dem Fußbretter gelegt, mit dem Asch gesessen, mit dem Rücken auf dem Tank, der Füß auf dem Gepäckträger, und dann sind wir mal ganz mutig durch die Gegend gefahren. Ja, ja, du, da ich ja auch mal so in Nostalgieschwelge, da hab ich doch da mal so im Internet geguckt, ganz genau an die Zünder KF50, das Kleinkraftrad, Supersport, aber Wassergekühlt, Rotorcoat, kannst du dich noch dran erinnern? Gleich kurz, ja, das war die erste, äh, Rotorcoatie vom Zünder Großkamm, ja. Ja, dann guck mal im Internet, ne, ich hab zwei gefunden, ne. Eine mit TÜV, mit allem drum und dran, er hat 7000 in der Hof fährt. Ja, okay, schon. Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Da haben wir mal, äh, ob es war was vor, da wäre ich doch nie mehr. Aber ja, nicht. Ich hab jetzt die Junge, Junge. Ja, na, dann wollen wir, äh, da ich mach nicht, ja, wie der Ball kam. Ja, ich hab jetzt. ...kastar das ZDZ, erfolgt erzeugt. Spiel zurück ... ...es winde ... ...kastig ... ...ein Auto-Tack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017